Heute ist dieses, hast du es gesehen, dieses OpenAI-Zora rausgekommen. Ich schwöre auf einmal, digga, vor so einem halben Jahr oder so, war so Will Smith ist Spaghetti und das sieht alles Cursed-Tote-Scheiße aus. Und jetzt auf einmal, auf einmal ist das echt aus, Digga, wie, was haben die gemacht? Warum? Weil es bringt uns allen nichts. Doch, es klaut Jobs. Ja, es nimmt Jobs und, digga, ich werde in zwei Monaten mit meinem Schwanz geleakt auf Twitter, aber das bin gar nicht ich, sondern irgendein AI-Porno. Ja, das wäre geil, Alter, das wäre geil. Und was soll ich gegen den AI-Porno tun? Du könntest deinen echten Schwanz zuerst leaken, wie war es damit? Ein Tagesaktuelles Video. Ich würde das auch gerne benutzen, aber geht nicht, ne? Äh, was ist OpenAI-Zora? Das ist quasi ein AI-Videotool. This is simultaneously really impressive and really frightening at the same time. And it's hitting me in ways that I didn't really expect. So, do you remember Will Smith eating spaghetti? Haha, Will Smith eating spaghetti is krass, Alter. Do you remember when this was what AI-generated-Videos looked like? Remember when we said, okay, this AI-Stuff is cool and all, but clearly there's a long way to go before there's any need for concern. Well, welcome to the future, people, because this is also an AI-generated-Videos. And so is this. Completely synthesized out of thin air by computers. This one too. This is not real. Absolutely ridiculous, how far we've come in literally one year. This is fucking crazy, ne? Oh, I have a little hair, I have a little hair, this is crazy. And I would also like this so much, ne? Hands and fingers are always showing it, but also less, ne? The graphics card is burning, yeah, I don't think so. And maybe I'm overreacting because, okay, I'm a video creator. So an AI that's actually doing my job, maybe that feels a little more threatening. So I'm particularly impressed by it, but also this stuff is really good. So today, Sam Altman and OpenAI announced a new model called Sora. And it can generate full, up to one-minute video clips from just text input. So the same way Dolly was able to understand our text input and turn it into a photorealistic or stylized image or whatever you want. Same thing with Sora, but now since it's videos, it also needs to understand how all these things like reflections and textures and materials and physics all interact with each other over time to make a reasonable-looking video that are crazy. But there are YouTubers who don't have, so they're just AI. There are influencers who don't have and are just AI. And it's not perfect. You will find imperfections. But not everybody who sees AI-generated content on the Internet knows to be looking for that. Yeah, media competence is just too bad for people, ne? So, okay, here's one of the videos. There's no audio to any of these clips, but the prompt for this one is a stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm, glowing, neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress and black boots. This video is already miles ahead of where we were. It has accurate lighting. It has materials. It has skin tones, movements, even has reflections all over the place. Das ist halt crazy, ne? Ich fand das Will Smith-Video besser. I don't know, it just kind of feels a little bit off. But then again, this is where we were one year ago. So just keep that... Das ist so ein geiles Video, ne? ...in the back of your head for all this. I've looked through all the sample videos on OpenAI's website. And clearly, these are the handpicked best ones that they chose to share, where they just put in some text and then get a video and don't modify it. There's really impressive stuff in there. Some of it has humans, some of it doesn't. Some of it is more realistic feeling, like the truck driving one, but some of them are more video gamey or more stylized. Wenn ich euch jetzt dieses Video zeige, dann könnt ihr mir doch nicht sagen, dass das AI generated ist. Also wenn ich das jetzt sehe, ohne vorher zu wissen, dass es AI generated, würde ich einfach sagen, boah, ja, einfach ein geiler Drohnen-Shot. Das ist so verrückt, ne? Ist das jetzt schon AI generiert oder nicht? Ja, das ist schon AI generiert, ne? Guck mal, ich kann es selber nicht unterscheiden, ne? Sieh, doch, das ist doch safe auch AI generiert. Jo, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich kann's dir nicht sagen. Das ist das Eingabe-Video, aber es sieht doch trotzdem ein bisschen nach AI aus, oder? Diese Stuff ist hier, seht ihr das? Ich glaube, das zeigt, dass es AI ist, weil das haben die alle hier unten auch. Seht ihr das? Und dementsprechend ist das hier auch AI generiert. Aber das ist auf jeden Fall das Eingabe-Video. Und jetzt? Prompt, change the setting to be in a last jungle. Okay. Jetzt fährt er hier durch den Dschungel durch. Prompt, change the setting to 1920s with an old school car. Make sure to keep the red color. Boah. Ja, die Reifen drehen sich halt nicht, ne? In space with rainbow road. Ja, gut, das sieht dann schon sehr goofy aus, ne? Der Part hier sieht schon sehr goofy aus. Make it in claymation. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ey, da ist ein Pferd. Aber wer steuert das Pferd? Das Pferd hatte sechs Beine. Warte, 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 warte. Ah, stimmt. Guck mal, hier rechts läuft noch ein paar Beine. Hier läuft noch ein extra Beinpaar mit. Oh, das ist krank. Für Leute im künstlerischen Bereich ist das natürlich richtig gefährlich, ne? Wie kriege ich Zugriff dazu? Oder gibt's... Hat einer von euch schon Zugriff auf Sora? Bist du nicht Künstler? Ne, ich bin ja... Also, ich glaube, für das, was ich mache, kann ich sogar alles sehr, sehr gut benutzen. Also, wird Kim ersetzt, also für meinen Cutter würde das ja einfach nur bedeuten, dass er sich das als Tool holen muss. Bei mir würde das dann nur dafür sorgen, dass quasi die Videos vielleicht besser werden, weil Kim damit mehr schneiden kann oder bessere Videos machen kann oder so. Das Ding ist, Kim ist auch wirklich inzwischen mehr so ein bisschen zu einem Personal Assistant geworden auch. Also, er cuttet die Videos, klar, aber Kim ist viel mehr wert, als nur Videos cutten. Kim macht ja auch die Game Shows. Kim kümmert sich um ein paar Reportings von YouTube und TikTok. Kim kümmert sich ums Einblenden der Placements in den Videos. Die könnte ich ja alle selber machen, aber es ist schon gut, dass ich Kim dafür habe. Und deswegen brauche ich eure Prime Subs, damit ich mir Kim weiter leisten kann. Here's the thing about these AI-generated videos now, as good as they've gotten to this point. They can and will pass as real videos. Now, that is obviously insanely sketchy during an election year in the US and also terrifying for a bunch of other internet-related... Ja, die Medienkompetenz von Leuten ist nicht gut genug. Allein, dass wir uns drüber unterhalten mussten, ob dieses Video jetzt AI-generiert ist oder nicht. Also, der Chat war ja voll mit Nein, ist es nicht, ne? Und es ist halt einfach AI-generiert und wir haben schon drauf geachtet, ob es AI-generiert ist oder nicht. Photo, we do have two cultures battling each other as they sail inside a cup of coffee. Ich sehe die jetzt nicht battlen wirklich, aber es sieht trotzdem fucking crazy aus, holy shit. Skull and Bones Trailer. Like, there are already all kinds of presentations and advertisements and then PowerPoints that are in need of oddly specific stock videos. And these AI-generated videos are already good enough to 100% pass for that purpose. Like, look at this one. This one with the waves at Big Sur, this drone shot. Honestly, if I saw this on Twitter, I wouldn't even think twice. I'd be like, oh, nice drone shot, dude. Ja, ich hab's auch genau, das hab ich auch gesagt, witzig. And that has all sorts of implications for the drone pilot that no longer needs to be hired, for all the photographers and videographers whose footage no longer needs to be licensed to show up in that ad that's being made. There's other stuff like this wall of TVs, which would be a totally expensive and difficult thing to shoot with a camera and all these old expensive props. But if you can just generate it this well with reflections and the environment and everything else around it, I mean, why do it any other way? People testing it, pushing the limits, trying to break it, and a few trusted creators. But they have found plenty of weird edge stuff. Like this clip here of a bunch of gray wolf pups looks normal at first. But then it's pretty clear that something's kind of off with the way they're just kind of appearing out of nowhere and walking through each other. Holy shit. There's also a watermark in the bottom corner of every video generated by it. So if you see one of those videos and ideally it hasn't been cropped out, then that's at least a pretty clear indicator that it's AI generated. It's a Sora video. But also, I do think they're going to have to be very careful with this. They're going to have a whole bunch of safety stuff to keep in mind. I think they'll probably have to be even more safe than Dolly. Like, you shouldn't be able to generate people's likenesses. Like, you shouldn't be able to make a politician look like they're doing something on video. Especially this year. You probably won't be able to make Will Smith eating spaghetti. But it also definitely means stock video generation is absolutely going to take a dent out of video licensing. Also, ich bin zum Glück keine der Personen, die davon betroffen ist. Es wird, glaube ich, richtig rough für Leute, die damit ihr Geld verdienen. Wenn das noch viel besser wird, dann könnten einige Leute ihre Jobs verlieren. Die Medienkompetenz der durchschnittlichen Bevölkerung ist definitiv nicht gut genug, um das zu tanken. Die Leute werden irgendwie sehen, wie Angela Merkel irgendeine Scheiße macht oder so. Und dann werden die es glauben. Die Hälfte der Leute, die das sehen, werden das glauben. Das wird wirklich, wirklich gefährlich. Auch Porn. Wenn du da irgendwelche Porn-Videos erstellst von irgendwelchen Celebrities oder irgendwie so, das wird ja auch schrecklich. Stell dir mal vor, ich sitze dann da auf einmal in ein richtig gut generiertes Video, wie ich mir einen runterhole. Das wäre doch, das wäre, das will ich eigentlich nicht, dass solche Videos existieren. Zumindest nicht, ohne, dass ich dafür ordentlich Cash kriege. Aber was ganz wichtig für dich vielleicht ist, die Toiletten. Da haben wir fließendes Frischwasser. Ah, geil. Salzig? Nee, ganz, einfach komplett Frischwasser. Kannst du vielleicht die ganzen drei Tage durchmachen. Krass. 길.